Es ist immer ein bisschen von den Herrschaften, die Gäste sind ein bisschen gut, das sind die Eintrittsvoll, aber naja, wenn wir in der Küche fühlen, ist es einfach halt Geschmackssache. Im einen gefällt das, wir ja dem anderen die andere Sache. Fragen? Ja, die paar, ist das nicht ganz so lange. Den reicht zum Verkaufen, wenn man so eine Frage kriegt. Das können wir gerne machen, da würde ich bitten, weil ich jetzt nicht alle von euch betreue, alle die gerne mal eine Barkarte haben möchten, auch beispielsweise von Europa 2 von Getränken, sollten mir einfach eine E-Mail schicken.